Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt im Trainsimulator auf der Strecke Konstanz-Willingen mit dem Steuerwagen, den ich noch nie gefahren bin. Der ist bei der Baurei 101 dabei. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich bin generell, glaube ich, erst einmal Steuerwagen gefahren. Kann das sein? Oder maximal zweimal? Irgendwie, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich halt doch lieber die Lokomotive. Aber so Steuerwagen sind natürlich auch mal eine ganz nette Abwechslung. Die Aufgabe gibt es zum Download von Lucky God. Ich habe mir alles installiert, was ich installieren konnte. Unter anderem auch dieser Repaint. ... ... ... ... ... ... Jo, Lucky God ist der Szenarioersteller und von dem ist man ja wirklich sehr, sehr gute bis exzellente Qualität gewohnt, wie üblich mit Ansagen und dergleichen mehr. Ansonsten soll es aber laut Beschreibung eine relativ entspannte Fahrt werden. Ist übrigens auch ein Zweiteiler, also ich denke mal, ich hänge den zweiten Teil gleich direkt hinten dran, der Vollständigkeit halber. Und außerdem, ja, ich glaube, das wird eine angenehme Fahrt, ehrlich gesagt, auf dieser schönen Strecke, auf dieser wunderschönen Strecke. Mit einem soliden Zugverband. Und so, Steuerwagen, auf den ersten Blick ist hier schon vieles der Baureihe 101 entnommen. Hier dieser Ebola ist halt jetzt auf der linken Seite und dieser andere Monitor, mit dem, der normalerweise auch die Fahrdrahtspannung und die Leistung anzeigt, der fehlt hier im Steuerwagen. Aber ansonsten ist das hier schon relativ vertraut von der Baureihe 101. AFB ist nicht an Bord, also im Steuerwagen. Das steht auch so im Handbuch, scheint wohl korrekt zu sein. Warum, weiß ich nicht. Es wird wohl seine Gründe haben. So, dann schauen wir mal, dass wir hier auch vernünftig durchkommen, möglichst ohne Zwangsen, wenn es geht. Und über diese beiden Aufgaben verteilt, geht es jetzt tatsächlich die komplette Strecke einmal runter. Von Konstanz nach Villingen bin ich ja schon mal gefahren. Das war ein Regionalzug, ich glaube mit der Baureihe 111. Und jetzt geht es mit der 101 in die andere Richtung. Also, erster Eindruck ist aber sehr, sehr angenehm. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich auch die in Villingen zugestiegenen Fahrgäste in unserem IC 2279 über Singen nach Konstanz begrüßen. Ich wünsche dir eine angenehme Reise mit uns. Unser nächster Halt ist Donau-Shingen, voraussichtlich gegen 16.51 Uhr. Okay. Sehr solide Ansage, muss ich sagen. Sehr schön gemacht. Richtig authentisch. Cool. So, dann will ich mal zusehen, dass ich den Fahrplan auch noch halten kann. Soll machbar sein, aber das ist ja immer so eine Geschichte. Also für so einen Amateur-Trieb-Fahrzeugführer, virtuellen Amateur-Trieb-Fahrzeugführer ist es natürlich immer. Ich tue mich manchmal schwer. Das kennt ihr ja bereits. Aber aktuell sind wir noch gut im Rahmen. Also jedes Mal wieder eine Augenweide, diese Strecke. Das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Schon eine der besten, würde ich sagen. Na, das kann sich doch sehen lassen. Cool. Gefällt mir. Ja, super angenehm, der Steuerwagen. Den habe ich ja total unterschätzt. Steuerwagen allgemein. Aber der hier fährt sich schon echt sehr, sehr angenehm. Auch schon ruhig logischerweise, wenn die Zug am anderen, äh, wenn die Lok am anderen Ende des Zuges hängt. Hat was. Unterm Strich ist es natürlich schon irgendwie cooler, auf der Lok zu sitzen, aber das ist echt nicht verkehrt. Auch ordentlich KI-Verkehr, wie ich sehe. Ich glaube, so ziemlich das Einzige, was mir gefehlt hat, war der Flirt von Chris Trains. Denn der wäre hier normalerweise auch noch unterwegs als Repaint mit diesem Seehaas. Was ja... Also der ist ja tatsächlich unterwegs am Bodensee. Äh, ja. Oder am Bodensee? Doch, klar. Natürlich. Genau. Aber der steht ja mittlerweile auch ganz oben auf der Einkaufsliste. Und sobald der ein bisschen reduziert ist, dann wird der auch eingepackt. Da haben jetzt doch schon einige Leute immer mal wieder geschrieben, dass sich der auf jeden Fall lohnt. Und man muss ja nur schauen, der ist in so vielen Aufgaben mit verbaut worden. Also ich denke, der lohnt sich in jeder Hinsicht. So, Tempo 80 angekündigt. Das bestätigen wir selbstverständlich. Okay. Okay, das schaut erstmal ganz solide aus bis hierhin. Sehr schön. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe mal, dass wir hier vernünftig und pünktlich vor allem nach Dunau-Eschingen reinkommen. Ah, es ist schon knapp. Also wir sind fast, fast eine Minute zu spät dran. Ich hoffe mal, dass das noch alles irgendwie im Toleranzbereich liegt. Wir werden es herausfinden. 班涌en von bein. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht kurzschiede. Ja, ich bin für's. Das ist schon mal. Also, ich bin für's. Also, ich bin für's. Wohoo-Esching. Ja, ich bin für's. Ja. Sieht aber gut aus. Doch, doch. Ja, wir sind im Fahrplan. Sehr schön. Cool. Fast auf die Sekunde genau. So, noch ein kleines Stückchen vor, dann ist das, glaube ich, nahezu perfekt. So, satte acht Sekunden zu spät angekommen. Ich würde mal sagen, das geht in Ordnung. Ui, Überstellungspfad. Entspannte Passagiere. So soll das sein. Allerdings nicht so wahnsinnig viel los in meinem Zug. Na, die kommt schon gut. Schönes Teil. Okay, dann soll es auch gleich weitergehen. Und da ertönt der Pfiff. Kurzer Kontrollblick. Türen sind verriegelt. Und los geht's. Und los geht's. Also ich habe fast so ein bisschen den Eindruck, dass die Beschleunigung besser ist, wenn man im Steuerwagen sitzt und die Lok schiebt. Kann das sein? Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich auch total subjektiv, der Eindruck. Ich war bislang auch sehr, sehr behutsam, wenn ich in der Lok gesessen bin. Ich kann mich natürlich auch massiv täuschen. Ich finde es auch nett, dass er voraussichtliche Ankunftszeiten angibt. Das ist ja ganz in meinem Sinne. Wir können aber nichts versprechen. Aber bislang läuft es ja. Also wenn es so weiter geht, kann ich mir vorstellen, dass wir diesmal tatsächlich auch pünktlich durchkommen. Durchaus nett anzusehen. Das ist ja ganz schnell. Ich gehe jetzt schon weiter. Das ist ja schnell. Ich gehe jetzt mal ein bisschen durch. Als ich in der Lokalarki mache. Aber jetzt ist das so schön. Das ist ja eigentlich nicht so. Ich gehe jetzt über diese Bderijung. Ich gehe mal rein. Ich gehe jetzt ein bisschen über die Bderijung. Es kann jetzt mal ein bisschen über die Bderijung machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach ja, habe ich schon erwähnt, der fährt sich wirklich sehr sehr angenehm. Ernsthaft also, ich bin angenehm überrascht. Das kommt richtig gut. Auch das Tempo kann man ziemlich easy halten. Schöne Sache. Hm, auch eine nette Perspektive. Gerade wenn man diese Außenkamera hinbekommt, in der Kurve, das sieht schon mal ganz nett aus, muss ich sagen. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Nur ein bisschen schade, dass ich den Fliart noch nicht mein eigen nennen kann. Der hätte die Sache wahrscheinlich noch ein bisschen bereichert hier. Trainspotter im Gebrüch. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist auch echt eine superschöne Kulisse hier links im Bild. Dieses kleine Städtchen da oder diese Ortschaft Geisingen haben sie schon echt überzeugend hingebastelt. Toll mit den Fachwerkhäusern hier teilweise noch. Ach ja. Kategorie die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Kategorie die schönste da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auch cool, dieser Sound, wenn man über die Brücke drüber fährt, das sind halt alles so die kleinen Details. Dies dann letztlich zu einem runden Gesamtpaket machen. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich auch die in Immendingen zugestiehenen Fahrgäste in unserem IC 2279 über Singen nach Konstanz begrüßen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise mit uns. Unser nächster Halt ist Singen, voraussichtlich gegen 17.24 Uhr. Gut. So, jetzt kommt dieser Abschnitt, der ein bisschen gemächlicher ist, den ich vorhin gemeint habe. Sehr coole Perspektive. Schön, schön, schön. Mhm. Sehr gutes Timing. Sehr schön, der Möhringer Tunnel. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, aber dieses Gleis hier links, was jetzt gleich eingefädelt wird, ist das überhaupt noch aktiv? Naja gut, da war noch ein Signal gestanden, ob man das auch irgendwie befahren kann. Ob es da Aufgaben gibt, das wäre noch interessant. Weil bislang bin ich immer nur auf der ein und selben Strecke gefahren. Ich schätze mal nicht, ehrlich gesagt, aber ausschließen möchte ich es jetzt auch nicht. Wer weiß. Wer weiß. Auch ein toller, also ein toller alter Bahnhof hier. Und die haben da so detailliert gearbeitet. Hier diese Gewichte von den Formsignalen. Schon echt top. Hier links sieht man auch nur so die ganzen Zeug von den Seilzügen für die Formsignale. Schon super gemacht. Und dann ab in den Hattinger Tunnel und es geht relativ steil bergab. Ich muss mal zusehen, dass ich immer so ein bisschen... Uh, jetzt wird aber schon recht flott. Okay, gut, wir haben jetzt die Tempo 90. Da muss ich zusehen, dass ich mit der Bremse irgendwie vernünftig dagegen arbeite. Okay. 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 Ja gut, also das mit dem Fahrplan, das war wirklich gut machbar. Das hat wohl schon gestimmt, so was in der Beschreibung steht. Also planmäßig sind wir um 1724 in Singen und aktuell geschätzte Ankunftszeit wäre 1722. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Das passt schon. Normalsch zu den Scheren. Ja genau. Deine độ. Ja genau. Ja genau. Sieh an, der ist wohl auch auf dem Weg nicht weit, bzw. kommt dort hier. Ist das angenehm, hier mit der Kiste durch die Pampa zu fahren, echt richtig schön. Also mit der elektrischen Bremse scheine ich hier irgendwie ein bisschen besser zur Rande zu kommen, wenn es nur bergab geht. Das ist alles echt so gut gebaut hier. Mann, Mann, Mann. Ich stelle mir vor, alle Strecken hätten diese Qualität. Hm. So, es fängt gerade ziemlich heftig zu regnen an da draußen in der realen Welt. Ich hoffe mal, das Mikro nimmt das nicht ganz so mit. Also ich habe es natürlich schon mal so positioniert, dass möglichst nur mein Gefasel aufgenommen wird. Aber das ist mal nicht auszuschließen. So, ich mache es natürlich. Vielen Dank. Na, so langsam habe ich es, glaube ich, einigermaßen raus, hier so. Nicht zu schnell zu werden, aber vor allen Dingen natürlich auch nicht zu langsam. Also immer so ein bisschen um die 90 herum, dann wieder ein bisschen runter reduzieren mit der E-Bremse. Das ist eigentlich zu wesentlich besser. Das ist eigentlich zu wesentlich besser. So, langsam aber sicher auch durch diesen deutlich verlangsamten Bereich hindurch sein. Hier ist es auch wieder ein bisschen stärker besiedelt, das ganze Gebiet. Und das ist jetzt etwas. Das langsamere Stück, was wir jetzt durchfahren sind, das trennt ja die Strecke auch so ein bisschen in zwei Bereiche, ist mein Eindruck. Das hatte ich ja schon mal irgendwann erzählt, wo wir gerade herkommen. Da sind ja auch vermehrt die Formsignale aufgestellt. Hier sind größtenteils eher die moderneren Signale am Start, wenn nicht sogar ausschließlich. So weit ist der Kollege, der da gerade gestanden hat. Na, ich will ihn eigentlich wieder ausschalten. Moment, hab's gleich. So. Jetzt ist er aus. Okay. Und jetzt bin ich doch ein bisschen zu flott geworden. Egal, wir haben wieder einen 130er Bereich, können ein bisschen Gas geben. Sehr gut. So, was sagt der Fahrplan? Immer noch gut. Und wir haben zwar unseren Zeitpuffer so ein bisschen verfahren, verspielt, aber immer noch alles im Rahmen. So, ab ins Gebüsch. Oh, ganz nett, diese Gebüschperspektiven. Und er hat uns, also geht es noch. Und ich weiß nicht, es will mit dem Weg nicht gut sein, was wir können. So, ich muss ja schlippe. Also, wenn es dich über eine ganze Verkäufe. So, ihr habt ihr, was wir sehen, was wir auf die zum Beispiel. Und jetzt ist es so, und wir haben die Looks-issible. So, ich muss es, ich bin ein bisschen zufügt. So, jetzt land. So, ich bin es hier. Also, ich weiß nicht. So, ich bin es hier nicht. Und ich bin es hier nicht. So, 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 ich bin es hier nicht. Be致. Untertitelung des ZDF, 2020 So, was haben wir denn hier? Güterzug! Okay, das läuft. Ich weiß auch gar nicht, wo die Aufgabe heute endet. Ob da jetzt schon in Singen Feierabend ist für heute oder ob es noch bis Radolfzell weitergeht, glaube ich. Eins von beiden. Wir passieren Mühlhausen. Ich glaube, zur Strecke kann ich mir jeden weiteren Kommentar sparen. Man sieht es ja. Das ist einfach top, top, top. Super, 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 super Strecke. Das dürfte gern als Vorbild für alles andere dienen. Jetzt ist ja vor kurzem auch hier Dingsbummens. Was ist es denn nochmal? Karlsruhe, Frankfurt erschienen. Also ich bin schon am überlegen, ob ich mir die direkt holen soll. Ich werde sie mir auf jeden Fall spätestens, wenn der Train Simulator in 64 Bit erscheint, werde ich mir die garantiert holen. Die kostet ja auch, glaube ich, nur 16 oder 17 Euro. Also das kann man schon machen. Aber da so das erste Feedback, was ich so durchgelesen habe, die ersten Erfahrungsberichte, das ist halt schon wieder sehr, sehr gemischt. Also doch relativ viele Fehler drin. Speicherprobleme, das ist halt auch der Hauptgrund, warum ich wahrscheinlich noch warten werde, weil es doch schon einige Leute gibt, die von Dumps berichtet haben. Das ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Aber an sich eine reizvolle Strecke, obwohl auch in einigen Teilen sehr, sehr gut umgesetzt, in anderen Teilen dann wiederum weniger. Mal schauen, mal schauen. Sollte sie tatsächlich im Sail auftauchen, demnächst, dann hole ich sie mir direkt, sonst warte ich vielleicht noch ein bisschen. Bin noch so ein bisschen unschlüssig. Warte, Frau Gäste, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Singen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Sollten sie unseren Zug in Singen verlassen, möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Und sollten Sie weiter reisen von Singen aus, noch die Info, wir erreichen alle Anstoßzüge pünktlich. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Das nenne ich doch mal einen Zug-Chef-Zug-Begleiter, der seinen Job sehr ernst nimmt. Der Berg da sieht auch verdammt gut aus mit der Festung da oben. Hohentwil müsste das sein, oder? Ist das Singen? Hohentwil? Ich glaube schon. Ups. So, mal schauen, dass man auf die letzten Meter nicht noch irgendeinen Blödsinn hier machen. So, das sieht ganz gut aus. Ach, ein Bahnsteig kommt aus dem Nichts geflogen. Ob sowas dann auch besser läuft mit der 64-Bit-Engine, das werden wir wohl rausfinden. Die Ansagen fehlen komplett im Steuerwagen. Die Zugbeeinflussung, die Störung, das ist komplett rausgelassen. Vorbildgerecht, was ich gesehen habe. Also, das hat schon alles seine Richtigkeit. Im Vergleich zur Baureihe 101 natürlich, muss ich glaube ich nicht dazu sagen, denn dieser Steuerwagen ist ja quasi auf diese Baureihe zugeschnitten. So, Singen, auch echt ein Highlight der Strecke. Die ganze Ecke hier um den Bahnhof und der Bahnhof selbst natürlich, das ist schon alles echt ganz schön gelungen. So, ein Stückchen kann man schon noch vor. Dann haben wir auch eine Haltetafel. So, da wären wir Singen, Hohentwil, Endstation für die heutige Folge. Und in der nächsten Folge wird es dann wohl genau hier weitergehen. Ich habe schon geschaut, das Szenario, der zweite Teil der Aufgabe läuft. Definitiv können wir also richtig schön das ganze Ding zu Ende bringen noch. So, schauen wir mal, ähm, Fahrplan, du, du, uh, jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Könnte eng geworden sein, aber ich glaube wir waren noch drin. Also ich vermute mal, das war jetzt tatsächlich eine erfolgreiche Aufgabe. Maggi, sieh mal einer an. Hä, okay. Muss ich mal nachlesen, was es damit auf sich hat. Haben die hier ihren Hauptsitz? Ich dachte ja immer, die kämen irgendwie ursprünglich aus der Schweiz. Naja. Egal. Ähm, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Auf dieser gemütlichen Fahrt. Auf dieser wunderbaren Strecke. Und ihr wisst ja Bescheid. Wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Würde mich sehr freuen. Szenario abgeschlossen. Yay. Also dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh, er hat sich verschrieben. Jack Gordon. Ciao. Vielen Dank.